Fréteric von Hof ist ein deutscher Theater-, Film- und Fernsehschauspieler und Synchronsprecher. Leben Von Hof der dritte Sohn einer französischen Mutter und eines deutschen Vaters verbrachte seine Kindheit zum Teil in Frankreich und den USA. 1994 machte er am deutsch-französischen Gymnasium gleichzeitig das deutsche und das französische Abitur. Seine Schauspielausbildung, die er mit Diplom abschloss, machte er an der Freiburger Schauspielschule und der Hochschule der Künste in Berlin. Er spielt in Kino wie auch in Fernsehfilmen und Serien. Außerdem ist er ab und zu in TV-Werbungen zu sehen. Fréteric von Hof synchronisierte Olivier Martinez in dem Film und treu von Adrian Linne. Außerdem spricht er unter anderem in den Kinofilmen Master und Commander, 96 Hours, Robin Hood oder Black Swan sowie in Fernsehserien wie Friends, Crossing Jordan, Gossip Girl, Warehouse 13, Grimm oder die Sendung mit der Maus. Von Hof hatte Engagements an verschiedenen Theatern unter anderem am Stadttheater Freiburg, am Stadttheater Fürth, an der Compagnie des Comédies Rostock, Komödie der Altstadt Freiburg sowie am fränkischen Theater Maasbach. Den Kammerspielen im E-Werk und den Gebrüder Grimm Märchenfest spielen in Hanau. Theater, viel Lärm um nichts, im Dickicht der Städte. Liebe Jelena Sergejevna, der Floh im Ohr, Tod eines Handlungsreisenden. Endlich allein, von morgens bis mitternachts, die Kleinbürgerhochzeit, Don Juan, Hänsel und Gretel, der eingebildete Kranke, Cash on Delivery, Film, Fernsehen, 1997, Labyrinth, 2002, Stark, 2004, Arturo Ui, 2004, Vollmond, 2005, Al-O-Fanau, 2005, Igel, 2005, Lili, 2006, Im Namen des Gesetzes, 2006, Valerie, 2006, Die Flucht, 2007, März Melodie, 2008, Jakobsbruder, 2009, 133, 2009, Schwerte sehen und sterben, 2010, 12, 2010, Die Falle, 2013, Soko Wiesma, 2014, Unter Anklage, der Fall Harry Wirtz, 2014, Der letzte Bulle, 2015, Ficke Fuchs, 2015, Das Löwenmädchen.